willkommen zurück zu einer neuen folge deponia so jetzt gehen wir in den hafen zum marktplatz und in die dunkle gasse so und jetzt können wir hier an der tür klopfen und baby goal erst bescheid sagen dass wir jetzt widerstandskämpfer sind juni wird ausflippen okay wir gehen noch mal zurück den hafen spiel und dann gehen wir runter zu baby goal du bist es wie schön so wir sind widerstandskämpfer es ist vollbracht wir sind widerstandskämpfer wirklich klar ich kenne sogar das geheime klopfzeichen wir müssen zu janus um unsere instruktionen abzuholen wer als erstes da ist aber hey stopp mist auf geht's so zum marktplatz und jetzt in die dunkle gasse nein warte das ist nicht das geheime klopfzeichen ich weiß ich habe da nur was durcheinander gekriegt das klopfzeichen ging und wieder falsch verzieh dich mist das liegt nur an diesem schmissigen groov den sie auf dem marktplatz spielen okay an dem schmissigen ruf vom marktplatz okay die musik auf dem marktplatz ist zu laut und ich muss ganz ehrlich zugeben ich habe mich tot gesucht ich habe überall alles noch mal abgeklappert und habe mich dann entschieden die folge noch mal neu aufzunehmen weil wir müssen einfach nur ins menü gehen in den einstellungen müssen wir die musik leise drehen und wenn wir jetzt wieder zurück gehen hier ist auf dem marktplatz natürlich auch keine musik mehr ich weiß nicht ob ich da jemals selber drauf gekommen wäre aber es ist schon cool irgendwie gemacht das mit einzubauen und jetzt können wir hingehen nach all den jahren endlich ein neues gesicht janosch wird ausflippen und dann auch noch eine frau jetzt wird uns niemand mehr auslachen lass mich einfach rein okay so und jetzt mal gucken können jetzt kommen wir wahrscheinlich auch rein das könnte hinkommen na endlich aber sicher bin ich mir nicht ich konnte mir das neue klopfzeichen nie merken könntest du zur sicherheit noch einmal das alte klopfen aber das ist doch die reinste schikane wenn du einer von uns bist müsstest du es eigentlich noch kennen und wehe es war nur ein klopfstreich bei meinem gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen wie es geht er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft na gut und wehe es war nur ein klopfstreich nein warte ja leider wieder daneben mehr glück beim nächsten mal ach das gibt es doch nicht was ist jetzt nein warte ja leider wieder daneben mehr glück beim nächsten mal ach das gibt es doch nicht und wehe es war nur ein klopfstreich können wir aus der kiste klopfen ich komm gleich raus so das reicht ich komm jetzt raus bei klopfstreichen versteh ich keinen spaß na nu hier ist ja niemand dann war es wohl doch kein klopfstreich das ist nicht das neue klopfzeichen liebold ich habe es wieder vergessen kann ich nicht einfach das alte benutzen ja okay aber nur weil du es bist jetzt aber ja jetzt haben wir das alte klopfzeichen nochmal gehört hey das war richtig natürlich war es das na dann worauf wartest du noch komm rein die tür ist offen die tür ist was okay es empfiehlt die musik wieder einzuschalten dann okay die musik ist etwas lauter als vorher ich gehe jetzt nochmal in die einstellungen und drehe die musik hier ein bisschen leiser ich hoffe dass es wieder okay so ist so dann gehen wir mal rein ah noch ein neuer recruit endlich bekommt unsere sache den ihr gebührenden tue lauf und angemessene aufmerksamkeit wie war das was bekommt ihr tue lauf und angemessene aufmerksamkeit was ist denn so witzig aufhören nein warte nicht aufhören kannst du mir mal verraten worüber du dich hier so kaputt lachst bravo grandios aber mal im ernst was ist das hier für ein laden eine art zirkus ich suche nämlich eigentlich das versteck des widerstands und kein kinderfasching du bist richtig hier genau fasching war letzte woche okay fasching war letzte woche babygall himmelt janosch an was ein kauz ein landmann was soll ein plan sein da kann ich doch nur verächtlich lachen sie haben nicht mal einen riesen adler reingemalt der sie in letzter sekunde von einem explodierenden hochhaus rettet das ist natürlich wichtig gerade bei rufos explodieren immer viele sachen okay das hier ist janosch und janosch mit viel bier und chips und seinem sessel bekommt viele neue leute durch rumsitzen interpretieren wir mal so okay erstmal hier reden wir mal nochmal mit galef ich hatte zahnbürsten die mehr widerstand gegen den organon geleistet haben warum hast du sie nie benutzt das ist eine gute frage habt ihr in nächster zeit irgendwelche aktionen geplant freitag ist karaokabend ich hatte eigentlich an unternehmungen gedacht die den organon zum sujet haben wie zum beispiel ein attentat auf amtmann argus gerade letzte woche hat janosch aufrührerische flugblätter verteilt das ist zwar lahm aber wenigstens ein anfang leider hatte er nur eine kopie gemacht und ich musste bei galef mit reinschauen okay haben wir noch irgendwas zum anklingen na komm go hol oh hallo rufus bist du jetzt auch beim widerstand so bin ich immer zur rechten seite am falschen ort lass uns gehen hier passiert eh nichts von bedeutung aber janosch sagt ich muss hier bleiben um für die große sache zu kämpfen und er ist immerhin der anführer weißt du janosch ist ein trottel was muss ich tun damit du endlich mit kommst es tut mir leid rufus aber solange janosch hier das sagen hat kann ich einfach nicht weg wie kann er das sagen haben man versteht doch kaum ein wort von dem was er sagt ein wahres genie kann man eben nie ganz verstehen janosch ist ein trottel janosch sagt man muss ein trottel sein um es mit dem organon aufzunehmen dann ist er vielleicht überqualifiziert wir wären ein viel besserer anführer ich wäre ein viel besserer anführer als janosch aber janosch hat den masterplan janosch weiß doch nicht einmal wie man das wort plan richtig ausspricht das liegt nur an seinem zungenfehler er sagt es handele sich um eine alte verletzung die nie richtig verheilt ist hat er zu viele chili dogs gegessen es waren 25 in 10 minuten wow siehst du er hat echt was drauf 25 chili dogs hat er gegessen ich habe einen besseren plan als janosch wirklich janosch sagt immerhin sein plan sei der beste wie kann es denn da noch einen besseren geben das wirst du schon sehen ist das aufregend aber es geht um deine gesundheit wir müssen dein implantat reparieren janosch sagt wenn man für die gute sache kämpft muss man eben opfer bringen können so und was ist sein opfer er ist unser anführer ich bin mir sicher er würde für jeden von uns sein leben geben wirklich auch für mich kann er das dann bitte sofort machen das wäre super ja janosch ist wirklich super ich bin gleich zurück lauf nicht weg ich bin gleich zurück keine sorge hier bei janosch bin ich in sicherheit okay ich würde ja gern einfach goal verändern aber wir sprechen vorher mal mit janosch hallo rekrut was gibsch es heißt rekrut mit k sag ich doch rekrut mit g ihr wollt eine widerstandszelle sein für mich seht ihr aus wie ein haufen versager das mag dein erster eindruck sein in wirklichkeit sind wir aber ein verwegener haufen janosch will dein neuer freud auch einen orangensatz nein danke mama wo waren wir gleich bei eurer verwegenheit ist ja auch egal wenigstens haben wir einen plan einen plan oh jetzt wird es interessant was ist denn dein plan wir sitzen hier und diskutieren essen chips und beschweren uns über die ungerechtigkeit der unterdrückung durch den organon und was genau wollt ihr damit bewegen bewegen wer sagt denn was von bewegung steckt das nicht irgendwie in diesem wort untergrund bewegung ach schon naja ja wir bewegen uns ja auch die bewegung rund um die sonne und weg von anderen kontinentalplatten ist damit nicht gemeint oh genau dein plan ist mist wir haben ja schon so ähnlich interpretiert er hat bier und chips und einen sessel und seine leute im grunde fehlt hier nur einfach nur noch dass sich das ganze immer im kreis dreht dein plan ist mist meine güte du kannst das wort plan ja nicht einmal richtig aus wenn du einen bescheren plan hast dann raus damit so ich habe einen plan ich habe einen plan pardon einen plan es klang irgendwie nach plan aber wenn du einen plan meinst da bin ich sehr gespannt leg einfach deine dias in den dia projektor dia projektor ok ich bin hier um goal abzuholen unmöglich sie muss mir bei wichtigen dingen assistieren bitte was muss sie assistieren sperr doch mal die lausche auf goal braucht dringend eine operation im widerstand muss man auch opfer leisten und was ist wenn sie einen bleibenden hirn schaden davon trägt dann hat sie einen bleibenden hirn schaden wir die gute sache davon getragen ich muss hier raus das glo ist oben rechts neben der haustür viva la revolution und dann nehmen wir uns noch einen orangensaft von muddi mit dia projektor die bühne ist aufgebaut die show kann beginnen die aus let's go hey was wird denn das wenn's fertig ist ich nehme die sache jetzt in die hand ihr wollt den organon stoppen meinetwegen aber dafür braucht ihr auch den richtigen anführer mit mut charisma check einer einigermaßen verständlichen aussprache kurzum jemanden der es zur not auch allein mit dem organon aufnehmen würde äh cowboy dodo aus dem kommunalfunk ist ganz charismatisch ich meinte mich ihr trottel bring mich nicht zum lachen was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige verantwortung was schon ich habe einen plan oh ja oh ja eine dia show das wird bestimmt super spannend seht her und staunt oh was ist denn das ein bleck man kann ja gar nichts erkennen au das ist ein kleck ein schnittel ein töd das ist ein symbol ein symbol ein symbol wie geheimnisvoll ich finde den plan jetzt schon spannend regelrecht mystisch mit einem hauch von legende schnauze libold was symbolisiert es denn es zeigt was aus uns wird wenn wir nicht umgehend handeln wow was für ein schocker mit rhetorischen tricks kennst du dich ja offenbar aus aber hast du auch irgendwelche beweise für deine behauptung und wie ich die habe weiter geht's hier was ist das so organon sprengturm organon basisorganon ähm da fährt die bahn lang ui ist das jetzt ein sprengturm oder ist das ich sag das ist der sprengturm vielleicht wir probieren das mal das ist ein organon sprengturm der finstere fiskus hat solche basen rund um den planeten verteilt das ist beunruhigend ich habe angst ich verstehe das nicht ganz warum sollte der organon solche türme bauen was ist der zweck dieser basen mhm ja der organon will deponia in die luft sprengen der organon will deponia in die luft sprengen was aber bist du dir da ganz sicher hundertprozentig es ist wahr der auftrag kommt vom elysianischen ältestenrat sie wissen nicht dass deponia bewohnt ist unfassbar aber was wollen wir dagegen unternehmen wir müssen sie attackieren wir müssen sie angreifen wir müssen uns wehren wir müssen eine offensive starten das ist viermal das gleiche wir müssen eine offensive starten wir müssen eine offensive starten ein angriff auf den organon bist du denn des wahnsinns wir wissen ja nicht einmal wo wir zuschlagen müssen wissen wir doch so da ist die position wahrscheinlich hier ähm ähm wir können schon wieder viermal das gleiche sagen ok machen wir es einfach keine ahnung hier die lage das hier ist die lage einer dieser organon basen sie ist das ziel unserer ersten aktion wow der mann ist wirklich gut vorbereitet ich dachte es gibt hunderte von sprengtürmen warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen Argus will hier eine Bombe hm hm Argus will hier ok ähm ok es bringt wahrscheinlich auch nicht wirklich wieder was hier was es ist alles wieder ähnlich bloß anders definiert ähm ja dann sagen wir äh lebensraum um die offene see ja zur detonation bringen und dadurch den lebensraum um die offene see zerstören es gäbe keine überlebenden diese erste bedrohung abzuwenden hat also oberste priorität wie schrecklich rufus hat recht wir müssen das um jeden preis verhindern aber was dann was ist was ist mit allen anderen bombentürmen so wir haben noch einen joker wir haben die aufstiegscodes ähm das geheime wissen von goal wir haben die aufstiegscodes wir haben noch einen joker in petto die aufstiegscodes bis hierhin habe ich alles verstanden kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen ich mach das ähm das musst du nicht janosch ich kann das auch machen nein nein ich mach das schon oh oh jetzt nur nicht lachen gofus zeig noch mal das erste dia genau was war das noch gleich ein organon springdurm hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih du Sträuch? Oh Mann! So ein Mist! Verdammt! Wir müssen aber was gegen unser Lachen tun. Wir haben den goldenen Drachter der Unsichtbarkeit immer noch. Okay, Poki, erzähl uns noch mal was. Tja, und da sind wir jetzt also endlich, endlich im Unterschlupf des Widerstands gelandet. Babygoal ist schon da. Und ja, hier lernen wir auch endlich den berüchtigten Anführer des Untergrunds kennen. Ich nehme ganz fest an, dass ihr euch Janosch alle genauso vorgestellt habt, wie ihr auch hier tatsächlich jetzt auftritt. Dazu kann ich noch mal sagen, dass es gar nicht so einfach war, speziell für die Übersetzung diesen sehr konsequent durchgezogenen Sprachfehler von Janosch durchzuhalten. Das war tatsächlich eine große Herausforderung, insbesondere, weil es später, ich darf es eigentlich noch nicht spoilern, hört mal kurz weg, später noch ein Rätsel gibt, wo dieser Sprachfehler und tatsächlich die exakte Logik hinter diesem Sprachfehler noch eine Rolle spielt. Und dafür war es auch wichtig, für die Leute, die den Ton halt ausschalten, es gibt ja immer noch Leute, die halt ohne Ton spielen, diesen Sprachfehler möglichst konsequent im Text zu haben, damit man das Prinzip auch im Text erkennen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir bei den Studioaufnahmen halt diese Sätze mit seinem Sprachfehler geschrieben auf dem Textblatt hatten, sozusagen, also in dem Textdokument. Und das heißt, der Michael, der den Janosch gesprochen hat, der hatte halt erst mal die Schwierigkeit, überhaupt zu verstehen, was dieser Satz überhaupt zu bedeuten hatte. Und insbesondere natürlich den gesamten Plan von Janosch zu verstehen, der natürlich auf jeden Fall auch ein bisschen konfus ist und Rufus ihn auch komplett zu Recht kritisiert. Denn, ja, man muss Rufus einfach zugestehen, er wäre halt tatsächlich ein viel besserer Rebellenanführer, als es Janosch je sein könnte. Ja, viel Spaß bei diesem Minigame. Ich finde, das macht alles total Sinn. Ja, aber, Babygold, du hattest jetzt gerade auch eine anstrengende, wie soll ich sagen, eine anstrengende Gehirnoperation, die halt auch mittelmäßig geglückt ist. Ich hatte was? Wir kommen später dazu. Genießt erst mal die Szene und erfreut euch an den Mundentrauben im Unterschlupf des Widerstands. Okay, ich hab's mir schon fast gedacht, wir müssen wahrscheinlich die Texte so wählen, dass er sie sprechen kann. Aber wir probieren jetzt trotzdem mal was. Ich möchte ausprobieren, ob wir mit der Fernbedienung, Goal. Der Zeitpunkt ist ungünstig. Ich stehe kurz davor, sie davon zu überzeugen, mit zu Dock zu kommen. Okay, der Zeitpunkt wirkt, ich würde sie so gerne einfach mal in Krawall-Goal verwandeln jetzt. Und dann macht sie hier Janosch zur Sau. Aber das geht anscheinend nicht. Okay, entweder müssen wir die Sätze so wählen oder wir müssen noch irgendwas suchen, womit wir Janosch dazu bringen, normal zu sprechen. Was für eine Witzfigur. Goals Urteilsvermögen muss auf die anderen beiden Datasetten verteilt sein. Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Okay. Eine tolle Truppe hat Janosch sonst können wir hier zurück zur dunklen Gasse. die Leinwand. Okay, dann probieren wir das gleich nochmal oder die passenden Sätze zu finden, aber dazu dann in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. zum nächsten Mal. Wenn sie Og aus aus Welt yim zur vit кая